Bayern München verliert im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid. Zuhause? In Bayern. Vor genau wie viele Jahren? Zehn. Mit 4 zu 0 hat Bayern vor zehn Jahren zuhause verloren gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale. Und was ist an dem Tag noch passiert? Da wurde ich geboren. Also hast du ja heute? Geburtstag. Wie alt bist du geworden? Zehn. Was hat sich verändert seitdem? Ich habe eine Brille. Aha. Und Carlo Ancelotti ist Trainer immer noch oder schon wieder bei? Real Madrid. Und Toni Kroos hat an deinem Geburtstag bei welchem Verein gespielt? FC Bayern München. Und David Alaba? FC Bayern. Aha. Und wer hat bei Real Madrid gespielt damals? Xavi. Xavi wer? Xavi Alonso. Aha. Und wer noch? Vielleicht noch so ein Fußballer? Boah. Weiß ich gerade nicht. Und du? Ne. Ich konnte das Spiel nicht gucken, weil die Jungs auf die Welt gekommen sind. Ja. Ich hätte mir nämlich gerne angeguckt, wie Ronaldo gegen die Bayern spielt. Und Ronaldo die Hops nimmt. Ja. 4 zu 0 hat Bayern verloren. Und was glaubt ihr? Dass Bayern wieder verliert. Sind wir mal gespannt, wie das Spiel morgen ausgeht. Nach zehn Jahren. Vielleicht füllen sich die Bayern ja die Revanche. Das stimmt. Und vielleicht gewinnen sie auch die Champions League, wenn schon die Bundesliga abkacken. Haha. Sind wir mal gespannt.